Was geht ab Pyrus? Heute gibt es für euch meine XXL 1500 Euro Feuerwerkbestellung für Silvester 2022 23. Ich habe natürlich bei meinem Lieblingsshop Actifire bestellt wo ich auch die letzten vier bis fünf Jahre bestellt habe und ja also wirklich kann ich nur nur ans Herz legen also wirklich der beste Shop in Österreich meiner Meinung nach und ja falls ihr den Shop noch nicht kennt ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung und kurz mal zu Actifire es gibt 28 Abholstationen österreichweit da könnt ihr dann an die Abholstation hin liefern bzw macht dann Actifire und dann könnt ihr es ganz bequem abholen und natürlich Silvesterversand und Versandkosten sparen gibt es auch wieder eine Aktion Silvesterversand bis Ende Oktober kostenfrei gültig nur in Österreich es gibt auch jetzt 24 Stunden Support bzw. kannst du bestellen und Formgeschäft dann in Enz abholen da gibt es dann so ein System was die neu gemacht haben da könnt ihr gerne bei denen auf Instagram vorbeischauen da solche kleinen Boxen bzw. wo dann ins Feuerwerk rein legt und dann ab holt und ja finde ich sehr sehr geil also kann ich auch nur empfehlen schaut richtig top aus und ja natürlich gibt es Monatskracher Top Neuheiten Empfehlungen selber von Actifire Eligent Night habe ich mir auch mitgenommen das erste Mal dieses Jahr unparanoid und die Mediziner Snapdabox also einige Verbünde bei mir dabei aber zur Bestellung kommen wir da ein bisschen später ich erzähle euch noch ein bisschen was über den Shop was man denn nicht kennt also an die neuen Leute und ja hier Sortiment natürlich Neuheiten Batterien Fanartikel Knallkörper Raketen also alles sortiert nach den Kategorien was die alles haben Signal und Rauch Schallerzeuge Kategorie P1 natürlich sehr interessant für viele Leute Feuerwerk F3 für die F3 Scheininhaber und ja sehr sehr interessant dann jetzt weiter mit den Marken hier alles vertreten Actifire selber auch Elgato Funke, Argento, Iskra, Allwert also Leslie, Beko, Tropic, Pyromax also wirklich sehr sehr große Auswahl natürlich Versand weil mich sehr sehr viele Leute gefragt haben ob Actifire nach Deutschland liefert ja sie liefern nach Deutschland ihr könnt ihr dann schauen Versand Deutschland Versand Österreich Abholstation Österreich gehen wir kurz mal rein in den Versand Deutschland könnt ihr dann schauen welches Postleitzahlgebiet ihr seid und wie viel ihr Versand bezahlt dann für eure jeweilige Bestellung und muss ich auch sagen die Preise sind sehr sehr angenehm meiner Meinung nach also wirklich top ich wollte mir eigentlich schon am Sonntag letzte Woche habe ich nämlich bestellt und da war leider zwei Verbünde ausverkauft nämlich California Dreaming schauen wir kurz rein bei den Neuheiten hier vom Funke California Dreaming hier müsste dies ein bisschen weiter unten und die Fistful of Gold leider ausverkauft es sind nur mehr die Sachen erhältlich die auch Lagern sind und ja sehr sehr nice hier Neuheiten rein bekommen haben eine ganz ganz große Funke Lieferung letztens bekommen wie woher ich das weiß Instagram von denen natürlich und ja Braco Rakete habe ich mir mitgenommen Leviathan gefällt mir ehrlich gesagt nicht so muss ich sagen da habe ich mir zwei andere Verbünde mitgenommen wie vorher gesagt äh Elige und Paranoid dann gibt es hier wir sind jetzt bei Neuheiten drin so wirklich sehr sehr große Auswahl äh B-Böller Schinken habe ich mir auch zweimal mitgenommen einmal für mich und einmal für Mo weil der Mo hat ein bisschen früher als ich bestellt dann Stroh Variation Chris Rain Variation Gold Cracker Palmen Funken Palmen Kamuro Weiß Blinker also wirklich richtig große Auswahl Blutschnee habe ich mir auch mitgenommen Rainbow Crosette Viper Shell Rockets Kaliber 38 Blitz und Donner ähm ja Only the Brave 370 Euro Verbund von Pyro Specials habe ich mir auch ein paar Batterien eingepackt ähm hier Argento Verbünde also wirklich alles dabei Eco Familiensortimente also wirklich nächste Seite könnt ihr euch ganz entspannt durchschauen dann äh kleine Funke Raketen High Stage wirklich alles dabei Gold Rockets Delta Rockets also sehr sehr große Auswahl am Feuerwerk äh Dreischlag Schocker habe ich mir auch äh äh der letzten sichern können äh Air Bombs habe ich mir nicht mitgenommen soweit ich weiß aber zur Bestellung kommen wir dann nachher genau und dann bei Batterien gibt es natürlich auch sehr sehr große Auswahl äh äh von klein bis groß sortiert äh so diese Nachbarin kleine Argento Batterien kleine Funke Batterien die Ziege äh Piromax Red Thunder Magento Smaragd da habe ich mir auch einige Batterien wieder mitgenommen zum Testen beziehungsweise für die Silvester Firework Compilations falls ihr die noch nicht gesehen habt dann schaut's euch an die blende ich dann hier oben äh äh rechts ein äh den 15. Teil also da kommt dann einiges wieder online und ja schauen wir mal ein bisschen weiter hier die vierte Seite Dublad Dahlien Cracker äh äh Cracker Dragon GGG habe ich mir auch mitgenommen sehr geile Batterie muss ich sagen von Elgato Pop gefällt mir mit äh Crackling Effekten alles drum und dran und ja äh Elgato wieder mit der Terramoto 36S 10S und 1S leider nicht mehr verfügbar wie wir wissen die 1S schade und ja schauen wir mal hier noch bei den Informationen Daten Geschäftslokal Kontakt so wenn ihr auch Fragen habt an Actify dann könnt ihr gerne den auch selber schreiben die Antworten immer sehr sehr rasch und kompetent und ja wir gehen mal in meine Bestellung rein würde ich sagen ja bin ich bei der letzten Seite angekommen natürlich der Ari gut vorbereitet fange aber mit der ersten Seite an was ich mir alles bestellt habe und zwar habe ich mir bestellt zwei Funke B-Böller Schinken natürlich einen für mich und einen für Mo wie vorher gesagt Stroop Variations sehr sehr geile Batterie Crease Rain Variations Gold Cracker Palmen Top Blutschnee Kamuro Weißblinker 5 Raketen Kaliber 10 mit Silber Crackern 6 Stück Draco Rakete 10er Snapdeb Box feiere ich so Crackling das wisst ihr ja 3 Schlag Schocker 10er Pirat 1 natürlich P1 Böller zum Testen 10er Colorbang Red Widow Loopers hoffe man spricht so aus Buffalo Pirater, Buffalo Vespa, Buffalo Zanzara, 10er Mammut, Black Bravo, Glitzer Gold Rapid Thunder Salute Batterie und Argento richtig geile Batterie feiere ich dann geht es weiter mit Cracker Dragon EGG wie vorher gesagt von Elgato von Smaragd Argento, Balzer von Argento, Giftswerk Argento, Blitzrum 16 Shots von Iskra Line Matrix, Thunder Air Bomb habe ich mir mitgenommen gehören immer dazu die meiner Meinung nach einer der besten Bomberrohre für den Preis Rote Corsair Scream Shots Vortex Salutes 10 Stück für 9 Euro Gau Hammer die besten Bomberrohre in F2 TP5 Exploder Xploder 5 natürlich Megatrass extra 10 TP2 Gasbrennen 2x weil ich keinen mehr habe Knallfresche Kaliber Zieh, Höllenfeuer sehr sehr geil für Punke Silber Blitz Rakete Acryl von Argento Snow Blind von Funke also generell sehr sehr viele Funke Batterien die ich mir mitgenommen habe Kanji Argento Final Day von Pyro Specials The Gambler Pyro Specials Hellia von Pyro Specials Wir werden auch an Silvester einige Batterien doppelt schießen weil der Mohat natürlich auch ein riesiges Sortiment und ja Paranoid Legend Night also meine zwei Verbünde für 0 Uhr plus der 10er Snapdabox Eisblume hatte ich schon vor zwei Jahren da hat leider mein Camcorder nicht so richtig scharf gestellt also dieses Jahr dann wieder Terramoto 10s habe ich mir geholt die Tarnbahn Mittel Blink Weiden Blau und Blitzrums 50 Shots habe ich dann auch noch mitgenommen also generell sehr drei Salut Batterien Salut auf die stehe ich ja und generell sehr viel Crackling und sehr sehr nice Effekte also generell sehr viele Batterien weil Kleinzeug habe ich ja noch von den letzten Jahren und ja da werden einige richtig geile Videos kommen natürlich Unboxing folgt auf meinem Kanal wenn ich die Bestellung abhole bin mir noch nicht sicher wann und nochmal kurz vorweg am 1. Oktober ist ein Pyrotreffen bei Actifire vor Ort es ist von 9 bis 13 Uhr ungefähr und jeder der dort hinkommt der bekommt dann auf die ganze Bestellung 12% Rabatt und ja ich und der Mohat sind dann am Start wir können ein bisschen quatschen fachsimpeln ja Feuerwerk einkaufen es wird ein sehr sehr geiler Tag also 1. Oktober merken falls ihr Zeit und Lust habt und euch den 12% Rabatt auf die ganze Bestellung nicht hingehen lässt dann schaut vorbei wir würden uns sehr sehr vorbeinen und ja das war's mit meiner Bestellung wie gesagt Unboxing folgt und ich würde mich sehr über ein Abo Like, Kommentar freuen Danke fürs Zuschauen haut rein bis zum nächsten Mal wir sind laut wir sind drauf vom Schwarzpulver raucht diese Nacht wird legendär die ganze Stadt rastet aus Gänsehaut am ganzen Körper magisches Feeling ich funkel in der Nacht weil ich ein Star an meinem Kiez wir sind laut wir sind drauf vom Schwarzpulver raucht diese Nacht wird legendär die ganze Stadt rastet aus Gänsehaut am ganzen Körper magisches Feeling ich funkel in der Nacht wir sind auf